Daniela Katzenberger, ich bin stolz auf meine Silikon-Mudi. Daniela Katzenberger hat bereits einige Schönheits-Obs hinter sich. Jetzt ließ auch Mama Iris an sich herum schnippeln, und die Katze findet das super. Sie sind nicht nur Mutter und Tochter, sie sind echte Busen-Freundinnen. Daniela Katzenberger und ihre Mama Iris Klein. Die 56-Jährige hat sich nun unters Messer gelegt und die Oberweite neu machen lassen. Das freut vor allem die Katze. Sie ist stolz auf ihre Silikon-Mudi. Daniela Katzenberger, Mama ist jetzt Mitglied im Katzenberger Silikon-Club. Mama hatte sich die Brüste 2021 verkleinern lassen, weil sie so hängende Milchtüten hatte. Da haben drei Kinder dran genuckelt. Ich finde es gut, dass Mama sich jetzt endlich um sich kümmert, erklärt Dani gegenüber Freizeitwoche. Nach 85 C habe sie jetzt 85 E im Körbchen, so Iris nach der OP. Auch Daniela und ihre Schwester Jenny Frankhauser haben sich bereits vor Jahren beim Beauty-Doc ihr Dekolleté aufhübschen lassen. Jetzt war Mama an der Reihe. Die Katze scherzt, Mama ist jetzt Mitglied im Katzenberger Silikon-Club. Es hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht eingetreten wäre. Für mich ist es das geilste Kompliment, wenn die Leute denken, dass Mama meine Schwester und nicht meine Mutter ist. Die Katzenberger Silikon-Club Die Katzenberger Silikon-Club